In einer Zeit, als sich die Menschheit auf dem Gipfel der Widrigkeit befand, als sie so weit von ihrem Ursprung entfernt war, wie ein von einer Welle emporgeworfener Wassertropfen auf dem Scheitel seines Höhenflugs über dem unendlichen Meer und sie nichts anderes mehr erkannte als das, was die Vernunft ihr gebot. In einer Zeit, als sich die Menschheit in einer schier endlos erscheinenden Orientierungslosigkeit notgedrungen sich selbst zuwandte und in tödlicher Lebenswut sich selbst verbrannte, aus Angst jämmerlich dahin zu schwinden, zu verlodern und spurlos in ein Nichts zu sterben. In dieser Zeit machte sich Thymian auf den Weg. Der Tag war gekommen, um den Menschen in ihrer Not zu begegnen und ihnen die Richtung zu weisen, die sie in ihre ferne Heimat zurückführen und welche die Zeit der Qualen beenden sollte. Thymian war nicht allein. Mit Thymian waren viele, die sich aufmachten, um die Irigen zu führen. Auf der Erde aber angekommen, brach Entsetzen in Thymian aus. Es gab keinen Platz, an dem Thymian sich hätte niederlassen können. Türen waren verschlossen, Brücken zerschlagen. Die Menschen waren in ständiger Unruhe und Hast, und die Ruhe ihr schlimmster Feind. Es war kein Ort, an dem nicht ein Ding verzweifelt versuchte, innere Leere auszufüllen. Es war keine Minute, in der nicht gleißendes Licht sich vergeblich abmühte, innere Dunkelheit auszulöschen. Doch es begab sich nun, daß drei, die man Johnny Monster and the Creeps schimpfte, verurteilte Ketzerei und ausgestoßen aus dem unheilvoll schimmernden Netz der Vernünftigen, daß diese drei sich nun ihrem Schicksal furchtlos ergaben und in die Wildnis der Irre verrückten. Dort, in jener wüsten Gegend, welche frei war von jeglicher Fessel und jedwedem Starrsinn, hatte sich auch Thymian niedergelassen und trank Tee. Durch einen Zufall, der keiner war, bemerkte Thymian die drei Wanderer, und diese wiederum sahen den Geist im Gewand der Dinge. Thymian erkannte ihr Vertrauen, und sie Thymians unermessliche Grenzenlosigkeit. Somit fand ihr Selbstverschuldetes und doch dem Kreislauf der Dinge entsprechendes Hungerleiden ein Ende. ... ... ... ... ... ... ... ... ...